Hallihallo liebe Battlefield-Freunde, jetzt geht man wieder auf den Golf von Oman, im Modus Rush, etwas was ich schon lange nicht gespielt habe, habe ich einen normalen Server, ich glaube das ist sogar ein offizieller DICE-Server gewählt, bin alleine unterwegs, nur ich und, ja ihr halt jetzt im Nachhinein, so mal schauen ob das ganze hier da halbwegs läuft, da der Kollege macht schon scharf, da oben befinden sich feindliche Infanterie, oh, ohne feindlicher Panzer, wir haben eine Entdeckung, gehen da, Schauen wir mal, dass ich da ein bisschen vielleicht, zumindest Assistenz geben kann, was nicht entschärft wird und es ist auch schon zu spät, es wurde schon entschärft, Die Frage ist noch, ob der Entschärfer noch da ist, das probiere ich hier einfach nochmal Hat spannenderweise geklappt Ich frage, wo geht man da hin, zur Verteidigung Ah, da ist ein guter Platz, da machen wir uns jetzt schön dick oder das Oh, oh, da kommt schon einer, oder? Ah, geht hoch, oder? Jawoll So gehört sie, das ist mein Primär, warte mal, da ist es einer downgegangen Die Vogels können ja nur retten Aber nicht nur, ah, da liegen noch mehrere herum So, Bravo wäre noch ein Thema, Bravo Oh, 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 da kommt jetzt der Panzer, da kommt jetzt der Panzer Oh shit, ah, der Shepard sind doch so Ja, pass auf, sie werden mal von hinten herumprobieren Ich hoffe, dass dieses keine schlechte Idee ist Liebe Pioniere, die Panzer gehören mal weg, das wäre mal ein Hit, wenn ihr das mal machen würdet Oh, na klar, muss ich so kommen Level 100, ich bin ja noch weit weg, was bin ich, ist Level 53 oder irgend sowas? Ob ich 100 jemals erreichen werde, keine Ahnung So, die Spawnback, die steht gar nicht so schlecht Die Frage ist nicht mal primär, ob ich nicht meinen Schalldämpfer mal raufschraube, nachdem wir hier mit Minimap spielen Und ob ich da nicht überhaupt gleich andere Knarre nehme Nämlich spiele ich mal die AUG A3, österreichisches Qualitätsprodukt, ja Und zwar, wo ist der Schalldämpfer, da ist der Schalldämpfer, Frontgriff, ACOG Hm, ACOG wäre vielleicht auch gar nicht so blöd Obwohl, nee, lass mich mal Lass ich mir mal mein Polo drauf und spawn ihn mal hier nochmal So, und warum sind wieder ein Haufen Tote? Oh, weshalb Das erklärt einiges, der Panzer ist da im Weg Die Frage ist natürlich, warum Auf diese Streuung gesehen Ich glaube, das ist mein Schutz gewesen, dass er rechts hier eingeschlagen ist Also, dass es zeitmäßig gut dazu passt Das heißt, mein Schalldämpfer ist wirklich, glaube ich, eine gute Sache Oh, Charge ist hot Charge ist set, sehr gut Das heißt, wir probieren da, die Granaten zu verteidigen Ah, Sniper von links Da oben im Gebäude, ja, da hockt doch auch immer einer drin Aber gut, der Amtrak ist da, das dürfte jetzt hochgehen Zumindest, glaube ich, das Ja, das war's Das heißt jetzt allerdings Aufpassen auf spawncamper, denn die hockt wirklich gerne hier herum Aha, scheiße Sprengstuf war ich vernichtet, aber den hab ich nicht gezogen, verdammt So, meine Headset haben wir ein bisschen lauter drehen, dass ich höre auch was So, schaut's besser aus, glaube ich So, Amtrak, da steigen wir Steigen wir da jetzt mit ein Da steigen wir mit ein Oh, bin nur mega der Ultra-Q-Pilot Hm, bin mir nicht so recht sicher, ob ich da drin sitzen bleiben soll Ist ja wohl besser gewesen, auszusteigen Ah, da fliegen die Fetzen Hm, ja, Sni bleibe trotzdem Das ist nicht so schlecht perkmäßig Haben wir jetzt da Da haben wir eine gute Mischung da jetzt Oh, oh, bin ja gespawnt Hä? Das ist doch unser Spawn da Was ist denn da los? Ah, da oben liegt noch Da oben liegt er am Dach herum Ja, mein Gott, na Bissl Spawn-Camping Ja, pass auf Pass auf, ich helfe dir da jetzt ein bisschen Bitte lass mir den übrig Ah, den hätte ich gern So, wo sind wir denn da jetzt? Das ist da mehr oder weniger faktisch fast über mir Was heißt fast? Das ist über mir Geh weg Oder auch nicht über mir Das war mal über mir Ah Ist noch immer einen Spawn-Camper Den werden wir jetzt suchen Der hockt sicher da irgendwo in einem anderen Gebäude drin So, jetzt spawnen wir mal Hoffentlich irgendwo unten rum Ist ja auch immer so eine Sache mit diesen Leuten Die sich da irgendwo im Spawn vergriechen Und dann einen jagen Die Frage ist nicht, ob wir das locker erwischen oder nicht Aber es schaut nicht so aus Und ein Mörs auch noch aufgebaut Ah, was auf Jetzt müssen wir mal umbauen da So, wenn wir den Mörs auch selber mitnehmen Dann werden wir da mal schauen Dass er Das aber auch genau gerade zu dieser Zeit in meine Richtung schaut Das wäre immer recht spannend Aber jetzt kommt auch mal keiner auf die Idee Oh, jetzt trifft es gut Das ich am Geschick So, Burschen Na bitte bleibt doch da bei uns im Spawn Geht's noch zu Na, ok Na, ist ja wurscht Dann Wenigstens haben wir den Rett gesprengt Was haben wir denn da für Probleme eigentlich Was macht's denn ihr da Auf was warten wir denn da jetzt Hallo Ah, Minen Voraus Ich verstehe schon Sorry Jetzt habe ich es eh nicht gecheckt Kannst schon wieder einsteigen Fahre weiter Ich war da jetzt so doof Da kann jetzt der Kollege nichts dafür Das war jetzt einfach meine Blödheit Ich muss ein Stück viel vorfahren Jetzt habe ich schon nicht Jetzt sind sie weg Ah, bitte So, meine Herren Wir sind da Wer Was war dieses bitte Oh, Panzer Nö, nö Ich steig nicht aus Da jetzt einmal Jetzt müssen wir doch ein bisschen ordentlich vor dem Platz ballern Kampfenfähig wäre Kampfenfähig Oh, was ist denn da los Wie der Feindpanzer Nö, 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 zu spät ausgestiegen Zu spät Ja, prinzipiell läuft's ja halbwegs Bis auf dieses Spawn gekillet am Anfang Spawn, wo spawn wir denn Spawn wir mal da hinten Huch, komm, wir haben den Fallschirm Ah, sie haben nicht aufgepasst Das ist Perk-Andre Kann ich da landen und dann den Mörser verwenden Äh, jetzt falle ich runter Scheiße Huch Achso, das ist gar keiner Pass auf Ähm Moment, Albi Wo sind wir denn? Ob sie zu Hause Ja, so, jetzt mal orientieren Da um sie hin Alpha ist ein Thema Bin da das überhaupt nicht ausgestattet Ah, bin da überhaupt nicht ausgestattet Wie ich gerne hätte Was, nur mehr 15 Tickets, gibt's das? Da muss wieder eine Sanne arbeiten Sonst nix Da müssen wir wieder schauen Dass die Kollegen da Geschützt werden So, was gibt's denn da? Minen Wieso werden die nicht kaputt, die Minen? Ah, da rum steht einer Ah, 2RW stoppen, jawohl Sehr schön Das ist wieder Panzer Komm, komm, komm Ah, jetzt bin ich ausgestiegen Aber wieder Zehntelsekunde zu langsam Mann Ja, ich hänge einfach mal in den Fahrzeugen Ist ja klar Das ist ein schwer erkämpft Ein Amtrak Gibt mir den einfach her Verlieren wir dieses bitte noch Da jetzt Dann bitte Bei dieser Ah Was für Fahrzeug haben wir denn da? Fahrzeug, Fahrzeug Haben wir nix Doch, den auch Komm, macht's bitte scharf Macht's bitte den Krempel da jetzt scharf Hopp Jetzt verteidigst du das, bittsche Verteidigst du das, ja Wo sind die jetzt? Überall hin Mein Kill Defe Jawohl So, wo müssen wir dann Bei der Tickets zurück Weg da Also, uh, wo ist denn der? So, Medipacks für euch alle Ha Tontaubenschießen Wo habe ich das heute gelesen? Bin ich in Bei was für ein Game war das? Tontaubenschießen Das war Bioshock Irgendwas war das Genau, irgendwas war das Ich glaube, da wird es auch Das gegeben, dass ich den Vom Himmel runtergeholt habe So, pass auf Der Panzerschießt schon Was du hast Ich werde es einfach mal Ganz frech probieren Also, richtig rüber zu stürmen Der virtuelle Wand Oder was war das da jetzt? Wann bist du tot? Steh auf Fauler Sack Thanks a lot Ja, bitte gerne doch Mach ich doch Bleibt ja in der Familie So, diese Augen Find ich auch noch Schön find ich es ja nicht Ja, muss ich schon sagen Das ist keine schöne Waffe Oh Das ist wirklich keine schöne Knarre Gut, du versuchst das Snapper da außen rum zu laufen Schau Haha Hahaha Ja, doch Lauter Schritte So Ähm Wo ich wieder hin aime Aber Abgeklappt Oh Und schon wieder von hinten War ich nicht drauf Bravo, es scharf Das ist An und für sich die leicht Das ist die leichtere Station Das kann man so nicht sagen, oder? Wolf Noman War viel zu wenig gespielt So, oh, AIM-Track AIM-Track, lass mich einsteigen Komm Komm Jawohl, los geht's AIM-Track, ganz, ganz wichtig So, du machst jetzt ein paar Abschlusspunkte da oben So, mal aufpassen Wir haben ja keine Mielen übersehen Ah, das ist der Panzer Gut, dann fahre ich gleich zu Bravo Oh, jetzt haben wir verfahren So, jetzt aber Komm Moment, da ist er drüben Gab's nicht wirklich Dass es so einfach geht Oh So, Burschen, jetzt fall Jetzt rein da Und scharf machen Gehe ich da rein Ich probiere es jetzt zumindest einmal Jetzt spreng ich mich selber Jetzt spreng ich mich selber Ich sehe es kommen Wieder einmal Down bin ich, aber So, Burschen ist aus dem AIM-Track ausgestiegen Oder haben sie ihn zerstört Oh, zu dritt Zu viert werden entschärft Na, Scheibengeister Okay Haben sie wohl eher gesprengt Was machen wir da jetzt Was machen wir da jetzt Ich spawn einfach bei IIM Jetzt müssen wir die Spawnbag mit Das ist schon mal super Hüpf rüber da, du Sack So, Lucky Nate Oh Keine Lucky Nate Nö Lucky Death Das war's da schon wieder Die Spawnbag Die ist aber trotzdem super Pass auf Wir müssen mit dem Fallschirm jetzt kommen Kommt mit dem Fallschirm Oh Mann Schau, gell Jetzt pass auf Jetzt pass auf Jetzt pass auf Jetzt bin ich da hier oben Bremsen Jetzt bin ich da hier oben Und frag mich, was ich da mach Jetzt mein Medkip für da unten Dann müssen wir mal eine Granate runter schmeißen Und dann schauen wir mal, ob wir von da was Also von oben was treffen Das ist ja so gut wie unmöglich Wo, 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 wo Wer kann da bitte schießen auf mich Von wo Bist du deppert Wer schießt denn da auf uns Was kannst du mir gerne Ich pf das mal runter Und mach dir mal scharf Hopp Uah Ich freu, ob ich noch Ob ich da überhaupt scharf machen kann Uah, da huckst du zu zweit Zu zweit sind es der Rinnen Einen hab ich erwischt Sogar den, der mich gekillt hat Natürlich, glaube ich So mit dem Schalldämpfer unterlegen Das ist klar Amtrak Amtrak Spawn im Amtrak Spawn im Amtrak Äh Spawn nicht im Amtrak Spawn nicht im Amtrak So, wie schaut's jetzt aus Jetzt haben wir den Alpha ist glaube ich weg, oder Also nur mal Einen bravo über Was ist denn da so schwer dran So, ich fahre mit dem Panzer mit Okay, Gott damn We gotta fight down There's a sniper in the area Also irgendwas angefragt Das ist gesehen Gut, wenn er da in die Richtung schießt Dann muss ich in die Richtung schauen Ein bissl Jetzt haben wir hier spotten In Minen Halt, rechts kommt einer Der ist weg Wo ist der? Hab ich ihn erwischt? Boah, mein C4 Das ging aber ganz böse Wahrscheinlich hat er das schon hergelegt Das gibt's nicht mehr Ich hab das spotten probiert Naja So, pass auf Amtrak Nehmen wir den In der Einordnung 18 Tickets noch mehr Verdammt, verdammt, verdammt Das ist sehr suboptimal Todes Schnitzel Den kenn ich auch von irgendwo Ich hab mich glaube ich bei Ihnen In dem Gameplay recht oft gezogen Der Sack da Vielleicht kann ich besser Amtrak fahren Und bei der Anfang hat es nicht so gut ausgeschaut Wo fährst du noch hin? Hallo? 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 So Oh, Charge has been set Na, defused, defused, verdammt Mann, jetzt hab ich eine Sekunde zu spät reingeschossen Jetzt erst einmal doch, dass da noch Freunde drin wären Also Teamkollegen Das hab ich versaut, eindeutig Das hab ich versaut Tut mir furchtbar leid Vielleicht kann man mit dem Panzer noch was retten Pass auf Wie viele Dicke jetzt haben wir noch? 13 Wird C, aber Ist machbar Muss man schon sagen Es ist machbar Es sind schon Spiele mit weniger Tickets gewonnen, bis sie verloren waren Dann muss ich mal wegschießen Genau deshalb Ja genau, von allen Seiten Oh mein C4, Mann Ah ja, ich bin normalen Maps Äh, 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 Server gewohnt Ohne Minimap Das hab ich natürlich auch den Umfeld Das kenn ich drinnen Jetzt wird's eigentlich Jetzt wird's wirklich ganz, ganz ein Weil 6 Tickets, das ist nicht mehr so toll Huch Ja, das hab ich mir verdrückt Erst die, dass die haben wir aufs Geschütze Das ist mir eh wurscht Oh Ich weiß nicht, ob es ein C4 fritzen Ah, schade, jetzt haben wir's verloren So gut wär's gelaufen Eigentlich Oh, Minus 1 Zwei KT, aber punktetechnisch ist vorne mit dabei Und ein paar Pünktchen hier auch abgesandt Rang 54 ist der nächste Naja Wird ein bisschen dauern, bis zu die 100 So, das soll's gewesen sein Eine Runde Rush am Golf von Oman Leider verloren, aber Trotzdem nicht gelaufen Wir sehen uns beim nächsten Mal Ich wünsche euch was Tschüss, ciao Euer Beatwalker Loris Ich wünsche euch das Ich wünsche euch euer die